Hallo Leute und damit Willkommen zurück zu das Minecraft Team mit Slash Mit, mit Keiner Ahnung, hier sind einfach zu viele Leute drinnen Mit mir und mit Dede Wer ist Dede? Und Lenny mein, mein, mein... Geh weg! Es ist einfach nur übertrieben Lenny, Lenny, komm her! Komm her! Es ist zu übertrieben, zu geil Und das wars auch schon mit der Ansage, also Yeaaah! Richtig professionell, weil wir sind heute, sind wir acht Leute heute? Die ist eh mal richtig durchgekommen Ne, es ist echt Profil, die Mini! Nein, Dede kann ja mal Hallo sagen Komm Ich bin leicht trubelig, wo ist Tom hier? War ja schon ein bisschen extrem hier Vor allem, es versteht keiner, wenn alle durcheinander reden Nö Ja, warum sollte man auch was verstehen wollen, weißt du? Ja, würd ich auch nicht Ich bin bloß und wir kommen doch Alter, ich spiel mit dir gleich, Alter Halt doch die Fresse Achso, ich hab jetzt was für euch Fresse, Fresse Es wird auf jeden Fall heute dran Du mobb mich, ich mobb dich Wir mobben uns immer gegenseitig Das bringt dir so einen Spaß Ach herrlich Das geht so Ich mobb dich Yeah, schwerwiegender Fehler beim Laden Klaut alle doch meinen Song Im besseren Mobber eigentlich gibt's nicht Etten Hallo, das ist unser Song, du Affe Ja, das ist deren Song Ja, beziehungsweise meiner erstmal Ähm, ich stell euch unter dem Hopper ne Void-Chest in Dann könnt ihr den ganzen Scheiß reinwerfen Ha Oh, oh, oh Etten Oh, jo So Oh, ich hab kein Viech Ah, ja Oh, jo Oh, jo, so geil Äh, Toni Hä? Kannst du jetzt schon mal C5 machen, dass ich das schon mal runterladen kann? C5 Ach so, ja, ne Vielleicht fliegt der Erste schon aus dem M2S wieder raus Wie groß ist das Spiel? Was meinst du? Glaublich gar nicht Wie groß ist das Spiel, Leute? Ähm Das Spiel, warte, ich kann glaub ich mal groß 2,8 GB Groß Oh, das ist ja mini, mini, mini Niedlich Mini, mini, mini Mini, mini, mini Also ich, ich frag mich ganz ernst, wie man das schaffen könnte mit sieben Leuten an M2S hier Na, kann man Also jetzt auch Jetzt sind die schon wieder nicht installiert die Microblocks Ich glaub ich krieg'n Föhn Jetzt hast du ja bestimmt genauso wie eben die Microblocks ja nicht richtig eingestrümmelt Übertreib doch einen Ah ne, ich bin doch die Microblocks im Föhlen dran Ja, weil da hast du, wenn du auf wieder umgestellt hast, da umgestellt hast, die Version, dann musst du noch mal zu uns Warte, ich... Ich muss alle Mods reinlacken Äh... Das war mein Fall Übrigens wieder 30 Euro Ja, okay Lenny, Lenny... Scheiße oder so Ja Warte, ich schick dir auch mal den Link Du weißt was draußen bleibt, ja? Ähm... Ja, irgendeine Mini-Map, oder? Journey Mini-Map, Y-Mini-Map und Opel Die bleiben draußen Enable... Oh, jetzt weiß ich, was ich wusste Schussi Lenny was level Black Also die Mini-Maps und Opels, ne? Das bringt dir Spaß, ne, Black? Vielleicht hat Bock immer dran Ich hab gedacht, er hat meinen Walross genommen Das ist mein Walross Das ist mein... Das ist mein Walross Ihr stinkst Oh... Das, dass du stinkst Halt's Maul Hitler nicht Jetzt ist es nicht mehr deins, jetzt ist es meins Ich hab's genommen Verhalt es jetzt Verhalt das? Ist auch allgemein Ja... Mein Walross Wir hatten so schöne Zeiten Wo ist mein Walross-Szene? Ah... Ich sag ja nur in die Ende der Aufnahme, ne? Wer hat's euch nicht mehr geklaut hat? Lenny, Lenny, wo ist das Walross? Ich hab's hier Wo ist das Walross? Im Poppes Ok, meins Bei euch im Poppes ist es so ne Warum ist da eigentlich nur noch eine Energiezelle dran? Hier ist ein bunter Stein drin Wo? Geil Oh geil Hier bei dem ME-Szene Weil die andere bestimmt unten drunter gesetzt hat, weiß ich doch nicht Ich weiß ja nicht, was die Facts auf alle veranstalten Geil Mit dem Wittauschen direkt voll Übrigens liegen hier noch deine Sachen, Lenny Lalalala Bleck, ich bin unten, ne? Ja, ich weiß Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Halt die Fresse, WTF Ok Du stinkst Ok Ah, wie ruhig das auf einmal werden kann Mein Walross Mein Walross Meine Walross Mein Reich Wie? Der Geschäftsführer von meinkey.de ist die B2P Was? Das kann doch mal nicht sein Ach nein Ich hab' die Wart im Falle Machen wir noch ne Ich hab' die Wart im Falle Machen wir noch ne Ich hab' die WTF Joint the Game Yay Hast du das auch mal endlich geschafft? 1, 2, 3 Ich hab' im Augenblick äh Ja Kochschmerz Witteschön Dankeschön Klar Kann ich irgendwie Hab ich Jetpack? Und das Wasser Ey, hier ist mein Turm Ey, wir haben kein Jetpack Warum Jetpack? Ok, ich brauch etwas Zuiden Ja, was willst du mit Jetpack? Ja, ich... Kann ja eh alle fliegen Äh, Essen müsste auch irgendwo sein In diesem ersten vergammelten Baumhaus, was da abgebrannt ist Ok, ich suche mal Ja Mir kann das nicht passieren Warum wohl? Warum ist das Ding wohl abgebrannt? Nur weil da irgendwelche komischen Meteororen runtergekommen sind Hilfe Was willst du hier, Lenny? Ja, weil Centus nicht innerhalb der Aufnahmen auf dem Server war Genau deswegen ist das Ja, Frechheit, ne? Richtig dimension Nee Da lief die Enderquark Und wir haben ja gesagt, der Server bleibt an Wir haben ja alle runtergeschmissen Außer Vielleicht schon ich war noch drauf auf der Weitlist Dann ist es halt passiert Und jetzt müsste Toni deswegen leiden Und das Haus nochmal aufbaut Ja Nö, ich brauch ein neues Haus Was ist das nicht bemerkt? Nö, dann baust du das auf Centus, du kannst eh nichts dagegen machen Ja, wirklich schon Genau das würd ich auch sagen Waren das jetzt die Steine? Das war Hitler Oh nein, Black, ich weiß die Steine nicht mehr Nein, das sind die falschen Hitler Vor allem wie hässig er das hier wieder macht Dann Word, 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 Word Welche war das denn? War das die hier? Warum haben wir so viel Netherrack? Äh, in der Enderquary In der Enderquary In der Enderquary In der Enderquary Ich dachte in der Enderquary in den Nether gestellt Ja Und hab die netherrack gefarmt oder was? Äh Kommt wohl auch vor, dass da netherrack bei ist? Boah Machen die nicht nur Erze ab? Nein Nein Wir ersetzen alles durch Dirt Ja Ach, das heißt, da sind jetzt überall Dirt klumpen oder was? Ja Jo Ich glaub jetzt hier draußen Dementsprechend ja Ich sehe doch nicht gar nicht so gut wie der D-D-D-Miner Ist echt so der D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D was bauen wir so einen kleinen 50k reaktor oder was langweilig ja ja das kann wirklich dauern bis die fertig ist oder haben wir hier 48 x 32 x 32 warum ist bei der oberwelt eine netherfestung verstehe ich nicht weil da rum es geht weh es geht weh es geht weh es geht weh also bei mir funktioniert die noch dd ist ja so stumm dd hält mal die fresse er telefoniert wahrscheinlich immer noch mit ingo ingo und berti wo waren das du bist behindert weiß ich nicht der krüft umgelegt der schnitt seiner nörder alle nie ist in der hölle genau nein ich war eben kurz in der hölle wieder raus ordentlich los bekommt man nicht irgendwie innen war noch anders herstellen innen war er ist ein vertreten 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 oder dicker und eisen ich bin das hier noch nicht ich bin so behindert ja das sind genau diese teile die man die man niemals braucht wow maizen braucht man niemals unnötig ne unnötig braucht kein Mensch hallo beehle hallo beehle hallo beehle oh mein weh ich bin schon wieder reingefallen mein bruder hat genährt warte mal nickel braucht der nicht ne aber das aber leckt nein der leckt nicht das sind kunstpausen Kunstpausen. Kunstpausen. Ist geil, oder? Der ist so behindert, ey. Ach, hier kommt man so hoch rein. Aber alle haben gelacht. Der, der macht Kunstpausen. Was denn? Ja, alle haben gelacht, trotzdem ist er behindert. Nein. Doch. Komm, der war... Ey, komm, für alle nochmal. Der hat grad seine künstlerische Phasen. Pass auf, alle waren ja nicht gestern da, ne? Ein schlechter Witz für euch, okay? Nein. Doch, es ist ein super schlechter Witz für euch, okay? Was sagt ein Hollywoodstar, wenn der morgen frei hat? Was willst du hier unten, du Pisser? Ey, ey, pscht, seid mal alle leise. Was macht ein... Was sagt ein Hollywoodstar, wenn der morgen frei hat? Morgan Freeman! Du bist so behindert, der Witz, ne? Du bist so behindert. Richtig witzig, Alter. Hahahaha. Centus, wo ist die Enderquiry denn? Wieso? Weil ich Kobalt haben möchte. Ich bin nicht in der Hölle. Noch nicht. Ach, Kobalt, warte mal! Willst du Kobalt haben? Kobalt, ja, Kobalt. Warte, Moment. Wo ist meine Turtle? Winston Turtle! Winston Turtle! Hm? Was machst du? Winston Turtle Chill? Hast gehört, ne? Ja, hab ich gehört. Alles gut. Toni, was machst du? Außerdem bist du hier oben nichts zu übersehen. Warum hast du meinen Kopf auf? Weil ich mich letztens, als ich mal getötet habe oder so, genommen habe. Black Power. VTR, was willst du? Stimmt. Ich weiß nicht, ob hier in den Chests was drin ist. Ich muss hier mal eben durch. Tu mal leid. Nein, hau ab! Geh weg da! Nein, geh weg! Wenn du da durchgehst, ich schlag dich. Das ist genau, wie ich über's geht im Stream. Komm hoch! Wenn er gespendet bekommen hat. WTF, boom! Hast du gestern geguckt, oder was? Ja, mit Dede. Ich hab ja auch geguckt. Halt, halt. Dein Gehirn platzt einfach. Du willst wieder hin, WTF. Hey, was ist das? Ich hab auch das rein gespendet. Ich hab eigentlich den Gang zu meiner Mine mit der Turtle und so. Ja, warte. Pass auf. Lass da vorne stehen. Nein, das war zu Anfang. Ich bin hier jetzt beim Blood-Magic-Dingen. Nein, guck mal. Hä? Wie bei Blood... Komm her. Das war am Anfang gespendet, ja. Komm mit. Wo ist man schlecht laufen geblieben? Ja, das war vielleicht richtig hart. Hier. Hier ist das. Okay. Ja, ja. Vielleicht war alle in eine Richtung. Gefällt mir gar nicht. Ich hab immer noch diesen tollen Bug in meinem Programm drinne, danke. Hast du den Bug? Ja, dass der... Hier. Wenn du mal hier in so einen Gang reingehst, dann macht dir so alle paar Blöcke einen Knick so ein bisschen nach links. Es stört jetzt nicht groß, aber trotzdem ist es nervig. Hey, wo bist du neu gegangen? Ach hier. Aber warum schlecht? Hä, was für Knicker? Ach, diesen hier oder was? Ja. Ja, weil du's behindert programmiert hast. Ja, weil ich mich irgendwann mal verschrieben hab oder so, keine Ahnung. Penis! Ja.